Hey wirklich, wer da die ganze Zeit gehört? Es ist einfach nur gruselig. Aber du bist das die ganze Zeit oder wer ist das? Also jetzt war es der Elia, glaube ich. Elia, der ist ganz schön auf dem Finger. Guten Morgen miteinander, es ist wieder Sonntag und das heisst Mario Kart 8 ist angesagt und wie immer natürlich gespiegelt von unseren Items. Ihr kennt es und was ihr auch kennt, ist, dass mein Gameplay nicht so gut ist. Aber egal, die Unterhaltung ist da und für diese Unterhaltung sorgt unter anderem der Mailo. Salut! Ali! Dann der Nilay. Es geht dort weiter, wo es aufgehört hat. Jawohl, und wieder zurück nach einer kurzen Pause ist der Elia. Hallo! Peace, good day, let's go! Also ihr merkt die Unterhaltung, die ist sogar ohne René da. Richtig, die startet jetzt, denn wir gehen direkt in den ersten Rennen. Oh also, wenn du mein Gameplay aufzielst? Das gibt's doch... Warum gehst du nicht auf zufällig? Philipp, ob ich gerade von oben ... Und ge attractiv? Jawoll! Nein! Zufällig! Alter, das kann ja nicht sein. Die haben wir doch schon bei den letzten paar Mal immer gehabt. Das gibt es einfach nicht. Erstens ist Rena die dreckige Big Blumen wieder da. Du griffst nicht jedes Wochenende. Ja, die Clownie startet, wie man einen Fell startet. Nein, das ist wirklich nicht schlecht. Ich habe noch nicht gehört. Du griffst jedes Wochenende Big Blumen. Hey! Hä? Bei mir hat es Anzeigenfälle gegeben. Ja, und ich werde einfach in der Luft abgeschossen, damit ich ja nicht weiterführe komme. Ja, sorry, griffst du dich nicht. Ja, das ist einfach... Ja, da fahre ich von vorne. L drücken und draufbleiben. L drücken und draufbleiben. L drücken und draufbleiben. Okay, ja. Hey, merci auch! L drücken und draufbleiben. Oh! So, jetzt muss ich mich mal anfangen, klein konzentrieren. Oh! Wer ist der Erste? Ja, nicht. Ich weiss auch nicht. Auf jeden Fall kannst du dir jetzt gleich gehen. Oh Mann! Es ist etwas an mir vorbeigeflogen. Es ist etwas an mir vorbeigeflogen. Oh oh. Aber es ist wirklich nicht von mir. Es war nicht von mir. Es ist nicht von mir. Und wieder der Dinterfick. Den habe ich irgendetwas überstanden. Nein! Nein, das gibt es doch nicht! Oh mein Gott! Ja, und ich war einigermassen wieder am Retour gekommen. Und dann... Nein, dann bekomme ich wieder kein Seifen. Oh mein Gott! Wer macht da diese Feuerbäu? Ich bin. Wie eine Bombe. Schmeckt das. Nein! Ohne Scheisse! Nein! Nein! Das gibt es doch nicht! Das ist schon wieder ein Blauer! Wird die mich verraten? Nein! Zählen! Nein, roten! Oh! Nein, das gibt es einfach nicht! Ich werde... Ich werde noch... Ich bin noch... Ich bin noch... Ich bin noch im Schluss noch überholt worden! Elia! Was ist mit Elia los? Ja, Kronanauten. Was wollt ihr von mir, he? Regenbogenboulevard. Yes, okay. Ich kann driften. Absolut kein Schock. Ja, Eiba. Also, wenn ich jetzt hier nicht erf... Dann kauf ich meinen Kanal. Okay, das haben wir jetzt gehört. Wow, okay. Also, das zählt. Das zählt. Wieso... Wieso... Wieso mache ich wieder Fellstärte? Das ist doch... Ich... Ein Filmstärte! Ein Filmstärte! Ein Filmstärte! Ein Filmstärte! Und schon mobben ihr mich wieder. Es ist immer das gleiche mit euch. Nur Elia! Nur Elia! Der Elia ist noch heimlich bei uns. Hör und labern, G! 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 Ja, wer heutzutage noch G sagt. Das ist einfach... Ein Filmstärte! Ich habe die Chiasamen genommen. Oh mein Gott! Nein! Und ich fahre genau in das Hore an der Ex-Dinina! Ey! Ich kann einfach kein Glück haben! Nee! Hey! Hallo! Wieso bekämen wir dir nicht richtig gute Items? Und ich bekomme nur Donations oder Bananen? Ja, und trotzdem bist du vor mir. Oh, Scheiße. Der Pilei ist vor mir. Ich find's bad, nein. Geh! Nein! Ich bin so... Hä? Nein! Nein! Was mach ich? Ich bin so scheisse! Ey! Das leidet doch nicht da! Das ist doch... Dann nicht! Schiff mal in Ihrer Meinung! Da ist sie! Oh! Nein! Wer werft den grünen hinten? Oh! Ich bin jetzt schön. Ja, ja! Ich will provozieren! Ich bin... Schön! Ja, ja! Ist gut! Maelo! Wer muss die eigentlich? Hopp! Hey! Hey! Ich bin runtergefallen! Ich bin runtergefallen! Der Kanal, der wird gelöst! Nein! Komm, komm, komm! Jawoll! Ich bin noch schnell dritte geworden! Also, Jungs! Oh! Ich verkaufe mit Kanal! Und zwar... ...für 10 Millionen! Hopp! Nein! Stimmt nicht! Stimmt ganz und klar nicht! Hey! Ich bin im Fall Realtalk am Schwitzen! Schreie, hey! Vielleicht bekomme ich jetzt mal einen guten Start! Nein! Okay! Scheisse! Oh ja! Drei Mal! Drei Mal! Drei Mal! Drei Mal! Und wer hat der Roten gerade gegen hinter ist bei dir? Hey, wer hat... Hey! Hey! Wir sagen kann nichts und selber auch nichts können! Oh! Ich weiss jetzt, wieso... ...belia, ey, 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 ey... Nein! Hey! 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 Nein! Wer hat jetzt eine Hinterführung geworfen? Hey, wer schiess die ganze Roten Panzer? Jetzt mal... Hey! Hey! Weisst du, was der Milo für einen ist? Der Milo ist genau der... ...und... ...einen immer lachen... Hey, komm! Oh, dann kommt noch Bluven! Was machen wir? Ja, weisst du... Das ganze Rennen ist immer erst... ...in der letzten Runde... Ah, das ist doch gar nicht die letzte... Ja, Moin! Nein! Das hast du ja gesagt! Ich bin einfach rein, der kann den Bahnhof verschlagen! Nein! Nein, scheiße! Oh! Die Pfeife hat abgehört! Ja, aber ich bin noch in der Bahnhof... Oh! Hey! Und der Roten! Komm, komm! Und nochmal Roten! Hallo! Hallo! Ja, hallo! Hallo! Das habe ich dir gerne gegeben! Das ist der Grischa! Das habe ich dir gerne gegeben! Ach! Oh, Mann! Scheiße! Der Grischa ist auf dem Track! Nein, Mann! Scheiße! Er ist auf dem ersten Platz! Ist das ein Park, oder was? Nein! Und der Geist hat mir etwas geklaut! Oh! Jetzt kommt es auf gutes Fahren davon! Jetzt kommt es auf gutes Fahren davon! Gibt es denn? Du bist wie im Panzer! Hey! Ich fahre in die Wand! Oh! Oh! Jawoll! Nein! 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 Ja! Ja! Das gibt's doch nicht! Das gibt's doch nicht! Auf die vierte Nummer, Kate! Er ist noch viert! Wieso? Oh mein Gott! Ich bin auch schlecht gefahren, aber dann kamen alle so klein. Oh mein Gott! Hey! Nein! Das war aber eine geile Runde. Ich war auch noch konzentriert. Ich dachte, komm jetzt erst, aber nein! Wird mir stinken, wenn ich du wär! Ich hab keine Chance mehr! Ich hab keine Chance mehr, zu mir in den Führung kommen! Letztes! Nein! So! Ah, wäh! Einfach nur eine grusige Lian! Hä? Das war mal ehrlich! Oh, endlich! Endlich! Endlich mal einen Start hergekriegt! Stell euch vor, ich hätte in der anderen Arena auch einen Start hergekriegt! Hey! Oh, ich bekomme hier einen A-Schnall. Oh, was sind das für Dinge? Ja! Oh! Hey, Maelo, musst du mir immer die Items wegschnitzen? Ja, sieh ich schon! Oha! Oha! Oha, wo ist denn da der Mila? Nein! Es ist sicher wie der Relia sieht! Du bist so normal! Oha! 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 Ohа! Oha! 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 Sie sind schon im Ziel. Ja, ich wollte es sagen. Wo sind die denn? Ja... Ähm, noch nicht so weit. Nicht nach meinem Ziel. Weisst du, was geil wäre? Die Dreckensraketen. Wieder ein Mod. Du bist auf dem dritten Platz und bekommst gar keine Dreckensraketen. Die? Was möchtest du? Das ist so ein Zeckel! Er hat noch... Er hat auf dem vierten Platz eine Dreckensraketen und holt mich eine Millisekunde an. Und dann holt er mich noch ein. Und da haben wir den anderen Wichser wieder. Da haben wir den Wichser, der rumklatschen muss. Nein, ey. Schmeckt, schmeckt. Wie warst du so auf den letzten Plätzen? Stinkt ein wenig. Wenn wir dir das Gesicht vorziehen... Oh Mann, wo? Aber, Jungs, ich muss sagen, die Folge und die, die jetzt bei Maelo ist, die wir noch vorher bei Maelo aufgenommen haben, sind, glaube ich, sehr entertaining. Die sind wirklich... Ja, ja. Ja, der verdammte Hals, ey. Ja, der verdammte Hals, ey. Ja, das ist ein guter Mann. Ja, ich muss ehrlich sein. Ich glaube, das schneide ich gar nicht raus, ey. Oder was auch immer, ey. Auf jeden Fall, das war's mit dem Video. Wenn ihr noch mehr sehen möchtet, wenn ihr nicht von Maelo gekommen seid, geht dann in die Videobeschreibung. Dort findet ihr den Link zu seinem Kanal. Und ein anderes episches Rennen. Genau, das beschreibt das Rennen absolut perfekt. Nicht nur da auf meinem Kanal, sondern auch von Maelos. Aber das war's. Und ihr kennt ja das letzte Wort, oder vielleicht auch Geräusche, überlasse ich wieder meine Gäste. Ah, ja. Können wir euch wieder nichts sagen? Ja. Nein. Ja, sie schmeckt. Ja, sie schmeckt. Ja. 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 Vielen Dank.